Willkommen zurück zu Kingdoms of Amalur Reckoning. Ja, wir sind nicht mehr in Usa und ja, das wird nichts mit einem Quest erledigen. Es tut mir echt leid. Aber ich habe leider bemerkt, dass unser Quest gar nicht weiter machbar ist, denn er ist schon unterbeendet. Und zwar hier. Oh, diese Würdenträger. Leider, Quest gescheitert. Und wenn man das dann nicht geschafft hat, dann hat man wohl Pech, was ich echt doof finde. Also natürlich ist es dann eine Herausforderung, es gleich beim ersten Mal zu schaffen, aber so eine zweite Chance hätte ich mir schon nochmal gewünscht. Gerade weil es ja auch keinen Notizzettel jetzt gab oder so. Also ich weiß nicht, ob sie da was reingeschrieben hatte in den Quest. Ob wir da irgendwas stehen hatten, wo ich jetzt nicht nachgeguckt hatte. Aber ich habe trotz dessen oder nichtsdestotrotz, habe ich selber mir noch Notizen gemacht gehabt und einfach meine alte Aufnahme geguckt. Ich habe auch versucht, nochmal neu zu laden, aber ich hatte davor irgendwie nicht nochmal speziell abgespeichert. Also kann ich das leider gerade nicht nochmal neu laden. Und tut mir leid, dann haben wir halt mal ein Quest nicht geschafft. Ist ja auch nicht so schlimm. Meine letzte Idee war, ihr könnt ja auch gerne sonst in die Kommentare schreiben, was ihr für eine Reihenfolge genommen hättet. Wenn wir das alle denken, dann würde das ja das Richtige sein. Und da war bei mir Veneri, Seta, Hartwin, Gorenet die Reihenfolge. Oder die Alternative, Hartwin, Veneri, Seta, Gorenet. Wobei ich sagen muss, dass ich nicht weiß, ob man die Hartwin und Veneri hintereinander setzen kann. Also erster Platz, zweiter Platz, ohne dass sie sich in die Haare kriegen. Guckt doch selber nochmal nach. Schreibt mir das gerne in die Kommentare, was ihr denkt, wie die richtige Reihenfolge gewesen wäre. Veneri, Seta, Hartwin, Gorenet, denke ich, wäre gut gewesen. Mein Fehler war, glaube ich, dass ich Gorenet nicht ans Ende gesetzt habe, weil er selber gesagt hat, ich gehe nach ganz hinten. Und da hatte ich aber ja trotzdem auch mit der Veneri, die habe ich nach vorne gesetzt. Also vielleicht war da der Fehler. Und Seta ist dann hinter Veneri, damit er ihren schönen Rücken betrachten kann. Hartwin ist hinter Seta, weil das nicht anders sein soll. Das meinte nämlich die Veneri, dass Seta nicht hinter Hartwin sein soll. Und Gorenet ganz am Ende. Also das ist für mich eigentlich eine sehr gute Lösung. Die hätte ich eigentlich dann als nächstes genommen. So, auch hier mit der Jahrhunderte, die Jahrhundertpflanzen habe ich mich erkundigt. Und da ist es wohl so, dass wir eine Flammenwaffe brauchen. Aber haben wir gerade eine Flammenwaffe? Nein, wir haben nämlich im Moment halt eher Blitzkram, was doof ist. Wir hatten öfters mal auch eine andere. Vielleicht gibt es auch noch eine. Hier ist auch Blitz drin. Vielleicht habe ich in meiner Kiste noch eine andere. Aber im Moment können wir das dann wohl auch nicht machen. Bleibt eigentlich dann nur noch, dass wir uns vielleicht mal hier um den Blutfluch kümmern. Und das werde ich jetzt mal tun. Ich weiß gar nicht, wo wir dafür hinwollen. Ich wollte eigentlich dann das mit den Blumen jetzt als nächstes machen. Aber was soll's. Gehen wir mal hier hin. Gucken, was es hier dann noch so zu tun gibt in der Wüste. Seid vorsichtig da draußen im Sand. Ja, bin ich, mache ich. Dankeschön. Und mal gucken, ob wir dann das Rätsel hier lösen können wenigstens. Denn die anderen beiden, tja, einer ging schief und der andere, naja. Kommt noch. Edgar Aaron. Hier gibt es keine Arbeit für euch Fremde. Versucht es bei Motus. Bei uns gibt es nichts zu tun. Ich brauche Wissen über den Krudog. Kapstan schickt euch zu mir, ja? Ja, ich kenne den alten Blutfluch. Dieser Krudog ist eng mit einer Horde der Wichte verbunden. Um ihn aus seinem Versteck zu locken, muss man nur diese Wichte angreifen. Sie helfen Blutfluch bei der Jagd, wisst ihr? Ich zeichne auf eurer Karte ihr Revier ein. Viel Glück. Niemand konnte diese Kreatur bisher besiegen. Und es wäre ein Jammer, wenn ihr nicht zurückkämmt. Ich habe eine kleine Armee von Gnomen angeheuert, um mir mit der Mine zu helfen. Es hat viel Geld gekostet, sie herzubringen und ihnen ein ordentliches Leben zu bieten. Und dann wagen es diese miesen Dreckskerle, mich wegen Motus im Stich zu lassen. Ich habe viel Zeit hier in den Brachlanden verbracht und mich von dem ernährt, was Boden und Tierwelt zu bieten haben. Als ich die Mineralvorkommen entdeckt hatte, war ich sicher, es endlich geschafft zu haben. Ich weiß nicht, was ich tun soll jetzt, da Motus mir meine Arbeiter gestohlen hat. Aber mir fällt schon etwas ein. Vielleicht lassen wir ihn ja dafür bezahlen. Tja, wie? Ich kann hier, ich habe hier ein Zuhause. Echt jetzt? Büro von Aaron Ausgrabungen oder was? Verschlossen. Kann nur mit dem richtigen... Aha. Aber das könnte ein Zuhause von mir werden, wenn ich das richtig sehe. Das ist nämlich ein Häuschensymbol. Aha. Okay. Dann gehen wir mal hier hin zum Schattendorn. Dann sind wir ein bisschen schneller hier. Gott sei Dank bin ich ja schon ein bisschen hier rumgelaufen. Sollte das nicht zu lange dauern? Komme ich jetzt hier rein oder raus? Raus. Okay. Hier rum, da rum, li rum, la rum, Löffelstiel. Und dann laufe ich mal eine Runde rum. Kann ich gar nicht. Ich kann hier nicht lang. Ach, da kann man nur runter springen. Das ist ja doof. Komme ich dann da hin? Kann ich hier so einen Pfad hochlaufen? Da komme ich doch aber gerade her. Menno. Bin ich jetzt doch doof gelaufen? Nö. Nö, das sieht doch gut aus. Guck mal, hier liegt auch noch ein bisschen was. Nein, ich wollte das Weichkrabbelpulver überhaupt nicht. Och, Manno. So, hier sollen wir hin. Oh, guck mal hier. Die Burgards. Die kleinen Knuffis. Sitzen die da? Wig, 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 wig. Und da ist der Blutfluch. Machen wir doch mal wieder ein bisschen Megapower hier. Geht schneller. Und wieder die Maus 2. Ich verstehe es nicht. Ich habe sie aber noch schnell versucht zu drücken. Aber ich bin es ein bisschen wohl. Wo es doch nun langsam klar ist, dass ich hier nicht mit Maus spiele. Naja. Muss man nicht verstehen. Ah, hier haben wir noch einen Stein. Ein Feuer aus den Himmeln traf seiner und ihr Gefieder begann zu brennen. Sie flog hoch hinauf, um ihre Federn zu kühlen und stürzte hinab, um das Feuer zu löschen. Doch nichts verschaffte ihr Linderung. Sie wusste, sie war verloren und sog die Hitze der Sonne und den Geist des Feuers ein, ehe sie tot zu Boden fiel. Nun blieben nur ihre Knochen zurück. Doch sie wird sich wieder erheben, wenn in den Brachlanden Leben bedroht wird. Mhm. Blutfluch haben wir auf jeden Fall getötet. Aber so schwer war der ja jetzt auch nicht gut. Wir sind, wie gesagt, wir sind stärker geworden. Und deswegen ist das natürlich alles gar nicht mehr so schwierig. Wenn die mir folgen, dann... Ne, die folgen mir aber nicht. Das finde ich gut. Dann laufen wir mal hier schnell zurück. Mal gucken, ob das denn dann schon mal geholfen hat hier in der Gegend. Und wieder die heroische Wüstenmusik. Denn wir haben ja auch getan, was wir tun sollten. So, gehen wir mal hier rein und erzählen das. Hallo. Hallo. Hier aufwachen. Capstan, Otwar. Ich hatte gehofft, ihr würdet wiederkommen. Die Arbeiter haben von Blutfluch nichts gehört und nichts gesehen, seit ihr in die Wüste gezogen seid. Das heißt, sie können mit der Arbeit in der Dünenkopfmine beginnen. Und ihr habt eure Belohnung verdient. Okay. Danke, dass ihr uns von dieser Bedrohung befreit habt. Wärt ihr nicht gekommen? Wo wären wir dann wohl jetzt? Ich weiß auch nicht. Vermutlich im Bauch dieser Brüder. Ja, bestimmt. Falls die so etwas überhaupt hatte. Genau. Ihr seid jederzeit willkommen, meine Liebe. Obwohl man hier nicht viel tun kann, außer Steine zu klopfen. Ihr seht zwar aus, als könntet ihr auf euch selbst aufpassen. Aber ihr solltet da draußen trotzdem vorsichtig sein. Nice. Mach ich schon. Gut, dann haben wir das ja jetzt auch gelöst. Ja, ja. Ein Quest und so. Als nächstes, wenn wir ja das jetzt erledigt haben. Huch, was will er denn jetzt noch wieder? Schon wieder was? Zum Glück seid ihr hier. Meine Bergarbeiter, sie haben den Verstand verloren. Bei meinem Bart. Gerade als beide Minen wieder in Betrieb genommen werden konnten. Die Wahnsinnigen sind in die Wüste geflohen. Ich wollte einen von ihnen aufhalten. Aber seine Augen waren leer. Nur ein seltsames Licht schien dahinter. Er sah aus, als sei er verflucht. Das ist das Werk dieses Fein, der auf dem Hügel am Rand der Stadt sitzt. Wenn ihr diesen Fein findet und den Fluch brecht, werde ich euch großzügig belohnen. Ach. Brauche ich doch gar nicht. Dieser Pfeil steckt hinter allem. Verdammt richtig. Es gibt keine andere Erklärung. Er nennt sich Kalova. Ein recht höflicher Bursche, aber ich habe ihm nie über den Weg getraut. Als wir hier den Betrieb aufgenommen haben, ist er alle Nase lang aus dem Sand aufgetaucht und wollte uns überreden, zu verschwinden. Jetzt ist es offensichtlich. Er war sicher auch für die anderen Probleme verantwortlich. Kodok, der Angriff auf Schluchtbühl, all das stinkt nach Feinmagie. Sagt mir nur, wo ich hingehen muss. Kalova beobachtet die Mine von seinem Sitz auf einem Hügel im Süden aus. Ihr findet ihn dort. Okay. Was mit den Arbeiten passiert? Habt ihr mich nicht gehört? Ja gut, alles klar. Ich wollte einfach... Ich würde mein Bad... Blabla. Gut, dann... Nichts. Ja komm nun, reg dich mal ab. Ich meine, wir haben dir vorhin auch geholfen, dann kriegen wir das wohl auch noch hin, wa? So, Gott sei Dank ist das ja nicht weit hier anscheinend. Ach, der ist aber da oben. Moment. Ich laufe mal den Hügel eben hoch. Außerdem müsste das doch dieselbe Stelle sein, wo wir damals... Nee, das war woanders. Jedenfalls wollte ich da auch als nächstes hin. Sowieso. Ich wollte... Ja, guck mal, hier, äh, hier, hä? Seid gegrüßt, Sterbliche. Du bist das ja, ach ja. Was tut ihr hier, Sterbliche? Ich ertrage kein weiteres Kind des Staubs. Ich habe genug von euresgleichen. Vor allem von jenen, die sich Edgar Aaron nennen. Moment mal, aber für den sollen wir doch auch noch das mit den Blumen machen. Wenn wir den jetzt töten, was ist dann? Habt ihr die Bergarbeiter verhext? Was hat Edgar getan? Was für eine bizarre Frage. Das Leid eurer Arbeiter ist nicht mein Werk. Wenn ihr ihre Lage verbessern wollt, haben wir einen gemeinsamen Feind. Der Sterbliche, der sich Edgar Aaron nennt, ist der Schuldige. Um die Arbeiter von ihrem Fluch zu befreien, ist ein Feinrelikt nötig, das ich diesem Sterblichen gegeben habe. Nehmt ihm das Relikt ab und sucht eure Arbeiter. Nur so könnt ihr sie von ihrem Wahnsinn befreien. Was ist denn... Wo ist Edgar Aaron jetzt? Er ist in seine Mine geflohen. Wenn ihr wirklich die kleinen Sterblichen retten wollt, die durch den Sand irren, müsst ihr ihm mein Relikt abnehmen. Bringt es mir zurück, wenn ihr es habt. Es ist sehr lebt wohl. Das ist schrecklich und so. Gut, dann jump ich mal wieder hier runter. Ist der schnellere Weg, würde ich sagen. Und dann... Und dabei wollte ich doch woanders hin. Ich wollte in diese Stadt, wollte ich sagen. In diese eine Stadt, wo die Fein oben standen. Und die dann... Ne, es waren ja irgendwelche Banditen, Schurken, Idioten. Die auf jeden Fall das ganze Dorf ja abgemetzelt hatten. Und da frage ich mich. Die wollten bestimmt, dass wir die auch töten. Was wir ja gleich getan haben. Und deswegen würde ich da auch noch mal gerne gucken, was da für Nebenquests sind. So, und was ist jetzt hier? Wo bin ich denn hier? Ach so, in den Aaron-Ausgrabungen. Ah, alles klar. Ja, dann schauen wir mal, was wir hier so finden. Für Artefakte und so. Vielleicht finden wir ja noch anderes Schönes. Was uns bei den wirklichen Kämpfen helfen wird. Wozu die Bergarbeiter verletzen? Ihr habt den Arbeitern etwas angetan. Ich dachte, ich sah euch die Klippe erklimmen. Ihr habt Kalowa besucht, ja? Er hat nicht gelogen. Ich wollte Motos ruinieren. Aber ich wollte nie, dass es so weit kommt. Verdammt sei die Sturheit Apules. Wie konnte er es wagen, in mein Revier einzudringen, wenn er gegangen wäre? Wäre niemand zu Schaden gekommen. Jaja, gebt mir den Stein. Wollen wir es mal versuchen? Wie wäre es, wenn ich den Stein behalte und ihn dazu benutze, um meine Feiernfreunde auf euch zu hetzen? Tötet diese Pest-Porsche! Ach komm. Na? Nein, bitte, verschont mich. Ich wollte doch nur meinen Lebensunterhalt verdienen. Ich habe den Erfolg verdient. Ich war schon lange vor Motos hier. Meine Arbeiter haben mich verlassen und ich habe keine einzige Münze mit dieser Mine verdient. Ich konnte nichts anderes tun, um mein Eigentum zurückzuholen. Das versteht ihr doch sicher, oder? Jaja. Wer mich angreift, stirbt. Nein, bleib zurück! So, aus die Maus. Kein Bock mehr hier auf diese Typen, die dann immer... Denen das doch völlig egal wäre, wenn ich draufgehen würde und ich soll dann immer die Barmherzige sein. Nö. Nö. Habe ich auch einfach mal... Einfach mal... Auch einfach mal keine Lust, ne? Ich kann die auch einfach mal... Okay, ich hätte auch barmherzig sein können. Aber nein. So, Bergarbeiter gerettet. 0 von 5. Oh Gott. Wo sind die denn jetzt? Sind die jetzt alle hier unten? Oh nein, oh nein. Wo seid ihr? Kleine Bergarbeiter, Freunde. Hier ist eine... Voll reingerannt. Äh. Da ist was Schönes drin. Und das hätte ich aber gerne mal. Plunder. Nichts im Plunder. Oh. Rüstung vielleicht? Irgendwas, was ich loswerden kann? Die Bauernhose habe ich immer noch, weil ich nicht weiß. Dann haben wir eine 89, bitte bitte. Das packe ich mal weg. Waffen, Primäre. Was haben wir hier jetzt Schönes? 41, 37, 36, 26. Plus 10 Leben ist natürlich auch immer gut eigentlich. Aber das Ding hat einfach mehr Schaden. Natürlich könnten wir hier jetzt was reinhauen, was mit Feuer wäre, um den anderen Quest zu machen. Aber was soll's, ne? So, jetzt haben wir wieder was im Plunder. So. Und dann können wir auch wieder was aufheben. Und zwar hier die tollen Dinger. Na? Hände des Handwerkers. Oh. Da muss ich jetzt mal gucken, welche sind denn besser. 90, 110, 90, 30. Körperschaden 34, aber 70 Leben. Boah. Das ist natürlich auch gut. Hm. Für die, für die Typen, die wir hier haben, aber leider ein Eisschaden, ne? Wenn das jetzt Feuer wäre, hätten wir das andere machen können. Äh. Machen wir mal ein bisschen einen auf Eis. Die Schakrams sind auch sehr gut. Kann ja nicht schaden, das mitzunehmen. Wo sind die denn jetzt aber alle? Wo sie die jetzt suchen? Ich glaub, ich muss hier sowieso erstmal raus. Ach so, da. Na klar, die sind ja da draußen. Ich dachte schon, die wären jetzt da drinnen. Aber dafür ist die Mine auch irgendwie viel zu klein gewesen. Ja, dann wollen wir die mal suchen, ne? Noch mal einen Trunk nehmen. Die gelben Kringle, da wird uns ja wohl irgendjemand vor die Füße latschen. Sind die schnell oder sind die weit weg? Seid ihr hier in der Nähe? Doch, ihr seid hier in der Nähe, ne? So weit weg dürft ihr doch gar nicht sein. Ja. So. Och immer euer Weichkrabbelpulver. Brauchen die das irgendwie zum Leben? Oder warum schleppen die das alle immer mit sich herum, dieses Pulver? Was macht man damit überhaupt? Naja, meine Alchemie ist ja auch noch nicht so gut ausgereift. Ich hab keine Ahnung, was man mit Weichkrabbelpulver macht. Hier haben wir schon mal jemanden. Wer ist das denn? Bergarbeiter. Guck mal. Beim Mond! Woher kommen diese Gazellen? Oh. Ich. Was hab ich eben gesagt? Wo die Gazellen sind. Ach, ich hab denen jetzt geholfen schon. Automatisch. Oh, das ist ja praktisch. Und er hat ein trüber Eisscherbe. Mitgenommen in den Tod. Na gut. Dann, äh, wollen wir mal weitersuchen. Bestimmt ist einer oben und einer unten, ne? Ach ja. Immer diese Sucherei. Da wird der Nächste sein. Da. Bist du schon. Wohin wollt ihr mit meiner Picke? Halucke. Ich, äh, nein. Wo bin ich? Ich schwöre, dass ich nie wieder detrianisches Bier trinke. Ja. Was auch immer das ist. Da ist der Nächste. Mir ist noch nie aufgefallen, wie nah der Boden am Himmel ist. Jetzt weiß ich es und werde es nie wieder vergessen. Moment. Was hab ich gerade gesagt? Oh weh, ich muss fort. Ja. Schnell wieder zurück. Abmarsch ins Bett. Weg von dem merkwürdigen Bier. Äh, wo geh ich jetzt als nächstes hin? Welcher ist denn, äh, dann... Und warum sind die immer wieder da? Ach, weil die ja immer auferstehen, ne? Schön eisig. Ne eisige Waffe in der Wüste. Weichkrabbelpulver. Was auch sonst. So. Was denn hier noch? Ach hier, unser Schutzding. Ich wollte gerade sagen, wir sind doch hier wirklich lang genug. Und oft genug schon vorbeigerannt. Jetzt mittlerweile doch. Warum ist der denn so weit weggelaufen? Naja, die sind alle ein bisschen verwirrt und verstört. Na? Werdet ihr ihn wohl mal in Ruhe lassen? Hm? Der ist doch verwirrt, der merkt das doch nicht. Ich könnte schwören, dass hier eben noch ein See war. Was? Was ist geschehen? Was zum Donnerwetter ist das? Ja. Das war ich. Wie ich dich geheilt hab. Komm, wir laufen mal zusammen zurück. Weil es so schön ist, zusammen zu laufen. Durch die Wüste. Verpufft der jetzt wieder einfach, oder? Nö. Nö, der läuft mit mir zusammen. Ich lauf aber mal ein bisschen schneller als du. Sonst dauert das jetzt hier ewig. Wirst schon hinterher kommen. So, dann muss ich nochmal jetzt ganz auf die andere Seite. Natürlich genau dahin, wo Feinde sind. Ist ja klar. Ja. Bitte auf Distanz. Ich hab nämlich keine Lust auf, auf, auf Zombiviren. Und da ist der letzte hoffentlich. Och komm. So trübselig da so voll. In der Wüste allein. Reginalt, was sollen wir nur tun? Das Haus brennt. Das Haus brennt. Was? Wo ist das? Bei meinem Bart. Wie bin ich so weit in die Wüste geraten? Bei meinem Bart. Weiß ich auch nicht. Du bist hier einfach hingelaufen. So. Und wir laufen mal jetzt hier zurück. Und beenden den Quest. Ganz brav. Und dann, komm, verdiene ich mir meine Pause auch jetzt mal. Hm. Es scheint, als wären alle wieder hier oder auf dem Rückweg. Wir stehen erneut in eurer Schuld. Edgars Anlagen sind verlassen. Sie gehören euch, wenn ihr sie wollt. Sie waren nie sonderlich profitabel, nachdem seine Arbeiter ihn verlassen haben. Doch in den richtigen Händen? Einige der Arbeiter fühlen sich euch gegenüber verpflichtet und wollen für euch arbeiten. Ihr solltet die Mine besuchen, wenn ihr die Gelegenheit dazu habt. Ach, das ist ja toll. Jetzt kriege ich doch mein Zuhause, mein neues hier in der Wüste. Mensch, das ist ja toll. Guten Tag. Guten Tag. Habe ich jetzt wirklich, kann ich da jetzt rein? Bergläute im Sand. Kalovare liegt übergeben. Ja, ganz bin ich ja noch nicht fertig. Aber immerhin, ne? Immerhin. So, jetzt muss ich hier wieder den Hügel hoch. Gott sei Dank dauert das ja nicht so lange, obwohl ich jetzt gerne den Part beendet hätte. Aber nein. Müssen wir nochmal schnell hier. Natürlich soll er ja das Relikt wieder kriegen. Ist ja klar. So, Problemkonflikt gelöst. Ich nehme euch das Relikt ab. Für eine Sterbliche seid ihr bemerkenswert. Ich sehe etwas in euren Augen, etwas Feiernhaftes. Es ist faszinierend und zugleich verwirrend. Doch wie ihr Sterblichen sagt, der Staub hat sich gelegt. Diese Region stand kurz vor einer Katastrophe, dank Edgar Aaron. Ein Glück, dass ihr ihn aufhalten konntet. Lebt wohl. Super. Mensch, das hat ja geklappt. Dann ist natürlich wieder mal die Frage, was machen wir als nächstes. Aber dann gehe ich auf jeden Fall hier in diese Stadt. Wie heißt sie noch gleich? Galett. Ich glaube, das war Galett, wo wir diese bösen Fein gefunden haben. Und genau, wo jetzt hier nämlich auch einige sind, die Hilfe brauchen. Und hier machen wir als nächstes weiter, denn ich möchte gerne wissen, warum wurde dieses Dorf angegriffen? Haben wir damit schon ein Quest gelöst? Dadurch, dass wir die Angreifer getötet haben. Und wer braucht natürlich jetzt hier in dem ausgeplünderten Dorf vielleicht Hilfe? Wir sehen uns. Bis dann.